Ich lerne Deutsch. Nummer 8522 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kannst du mir sagen, auf welchem Gleis der Zug nach Berlin fährt? Kannst du mir sagen, auf welchem Gleis der Zug nach Berlin fährt? Sicherheitsmitarbeiter reagieren auf Notfälle wie Brände, Einbrüche und medizinische Notfälle. Sicherheitsmitarbeiter reagieren auf Notfälle wie Brände, Einbrüche und medizinische Notfälle. Danke für den Kaffee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Danke für den Kaffee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Nach dem Kuchenbacken ist meine Tochter glücklich. Nach dem Kuchenbacken ist meine Tochter glücklich. Ich wasche danach unsere Kleidung. Nach dem Kuchenbacken ist meine Tochter glücklich. Ich wasche danach unsere Kleidung. Joghurt ist ein beliebtes Nahrungsmittel, das in vielen Ländern hergestellt wird. Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt von Feuchtgebieten ein. Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt von Feuchtgebieten ein. Die Vielfalt der Kulturen macht unsere Welt so bunt und liebenswert. Die Vielfalt der Kulturen macht unsere Welt so bunt und liebenswert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein wenig. Vielen Dank.